berber maya mongolen naja kacken alle gegen guten ab wir haben paladin wir haben range und wir haben guten ist eigentlich alles dabei naja so eine nervisilfe halt so ein bisschen unangenehm sind ich hab gleich meine ganzen schafe gefunden waren die drinnen alle die waren nur alle direkt nebeneinander so ja wie gesagt ich mach das was ich den ganzen tag heute gemacht habe kongs mach das ich will dich nicht aufhalten gut niemand wird mich aufhalten so mir fehlen irgendwie noch schafe ich hab jetzt außerhalb alles gescoutet und nichts gefunden also muss es innerhalb sein ja wir waren auch wie gesagt beide innerhalb ja gut wenn bei einem alles innerhalb ist es meistens was bei allen gleich ist meistens das kann weg das kann weg so komm mal her Eber stimmt ja dritten an mir liegt ein kurzen bonus dass die schafe so hart ausnahmser genommen werden ja hatte ich ja grad gar nicht aufgeschirmt jetzt brauchst du nur brauchst du eigentlich nur ähm 5 auf schafe ja hatte ich grad nicht so nen kopf dann macht er nix mir fehlt immer noch meine 2 2 extra 4 guck mal vielleicht sind sie hinten irgendwo in der ecke ja ich bin grad am scout ich meine die müssen ja halt drinnen sein wahrscheinlich hier beim dir was ich selber sagen muss grad irgendwo zugeschaut hab da haben wir eine one der andere hat ja echt vorteile ne mit dem ganzen gold und so der hatte ein bisschen bessere map ja aber hat ihm jetzt nicht so viel gebracht genau es haut das schwein hier wieder ab oder was wo sind meine schafe hier hinten ist es noch ich kann mich auch noch dran erinnern die ich eine runde nicht auch erinnern gespielt habe da war sau dabei wo mein eber mein zweiter nicht aufgetaucht ist ja der war dann ja gut der ist dann irgendwann hingebeamt einfach die schafe machen ja ein geräusch wenn sie auftauchen ah ich hab's ja ich hab's ja waren sie irgendwo hin ja ja die waren in dem einen teil teil grau wo ich nicht gescoutet hab genau ist ja klar wie es halt immer ist wo ist das zweite schweinchen oh haust fast sehr gut na ich hab noch rechtzeitig reagiert was bestimmt ich denk So jetzt hier, Viecher pushen, los gehts. Ja, bin ich auch schon fleißig bei. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen früher anfangen, aber... Ich hab erst so ein blaues Base noch geguckt, ob da Schafe sind. Ja, das hat Türkis bei mir tatsächlich auch gemacht. Der hatte meine Schafe vor mir gescoutet. Frech. Ja, aber ist ja okay. Ich meine, er wollte mir ja wahrscheinlich nur helfen. Ja, genau. Immer der Optimist. Klar. Ich erwarte von den Leuten nur das Gute, nicht das Schlechte. Nein. Doch. Nein. Ich laufe nicht weg, ich laufe nicht weg. Scheiß Steinbock. Das ist richtig nervig. Ich hab das Gefühl, die Steinböcke sind auch noch zickiger als die... Ja, die Steinböcke sind immer richtig zickig. Vor allem wenn du einmal was falsch machst, die rennen einfach komplett zurück. Rehe sind aber noch schlimmer. Ab und zu. Das ist alles gleich schlimm. Das Zeugs. Das sind Dinger. Bist des Dinger. Öffens. Bist. 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 Okay, so ist mein Gold hier. So, noch eine Ziege schubsen. Jop, eine fehlt noch. Und dann geht's ab. Alter, wo rennt die? Die rennt ja komplett über die ganze Zeit. Ich bin von einem Wilder da auf einmal aufgehalten, die Ziege. Und er hat keinen Bock. Ich bin komplett erstmal wieder komplett in der anderen Richtung hingelaufen. Okay. Wieso habe ich denn jetzt drei auf Gold? Ist doch Quatsch. Brauche ich noch zwei. Ein bisschen wenig auf Holz, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl hatte ich gerade auch. Ich habe gerade auch ein bisschen korrigiert. Wie viel hast du denn gerade auf Holz? Vier. Ähm. Ich habe fünf auf Holz. Ich dachte gerade, du musst ein bisschen aufpassen mit deinem Scout. Nicht, dass du den... Ich bin gegen den Mongolen. Ich liebe es, wenn du Auto-Scouting machst und wir scouten die Scouts erstmal die Base vom Verbündeten. Ja, mach das doch nicht. Ja, hoffe ich jetzt auch nicht. Er hat jetzt halt beinahe den Scout vom Gegner bei mir reingelassen. Echt? Ja. Ja. Wenn der das mitgekriegt hätte, hat er ja nicht. Passt schon. Ja. Nix passiert. Alles nur im grünen Bereich. Ja, ja. Easy. Alles easy. Ich habe nur zu wenig Holz. Das ist nicht so geil. Ähm. Ein bisschen zu wenig auf Stein. Ein bisschen zu sagen. Sogar. Aber Holz. Es läuft gerade. Wenn es besser funktioniert. Läuft oder? Also ich bin auf dem Weg zur Wetterzeit auf jeden Fall. Ja, wäre ich auch, wenn ich beim Holz nicht so verplant gewesen wäre. Ja. Ich mache ein Dorf, wo noch mehr und Loom. Also ich bin jetzt auch auf dem Weg zur Wetterzeit. Ich bin in einer Sekunde hoch. Ich steig schon. Ich mache Platz plus noch hoch. Ja. Ja. Ich habe es ein bisschen verkackt jetzt, aber ist egal. Ja. Dann können wir trotzdem hin. Servidora. Construir. Spanier bauen ja schneller. Das geht schon. Jo. Ich klicke jetzt. Bissi spät, aber passt. Glitze gleich bisschen. Nicht so eine gute Zeit wie vorhin, aber was soll's. So. Ab geht's. Ja, das ist natürlich mega nice. Hast du auch schon genug für ne Burg? Ähm, ja, die wollt ja boomen erstmal ein bisschen. Genau. Boah. Servidora? Ich habe genug für zwei CCs und ein Kloster. Construir. Construir. Das reicht mir. Ja, ich glaube ich brauche Burg und gleich noch zwei CCs. Wenn alles gleich läuft. Habt ihr schon irgendwie Relics gefunden? Könnt ihr mal pingen in die Richtung dann? Nein. Sofort. Muss grad Felder machen. Okay. Okay. Ich guck mal, dass ich mir die irgendwie schnappen kann. Sehr schön. Das sind all die ich gefunden habe. Wunderbar. Soll ich auch mit auf Relicieren gehen? Oder geht eigentlich beide schon? Das ist eigentlich unnötig, oder? Äh, wie du magst. Also ich will dir jetzt nix irgendwie vorschreiben oder so. Ähm. Na, ich mach das schon. Servidora? Construir. Oh, jetzt Ritterzeit. Ja, ich meine. Ja, doch klar. Oh, ich muss mal ein bisschen Entwicklung machen. Könnt ihr mal hier Scouts mit hinschicken? Ich meine Scout in der Nähe. Ja, klar. Mandi. Construir. I'm on the way. Okay. Come on. Zwei Food, ey. Das gibt's noch nicht. Also. Let's go down. Sehr gut. Okay, grün chillt immer noch. Oh. Oh. Ich krieg ne Burg gedroppt ins Gesicht. Oh, da. Okay. Ich mach mal hier unten in der Ecke eine Burg. Wenn das okay ist. Ja, mach mal die Burg so, dass er was bringt. Das wär am besten. Ja, ich decke das Gold in die Ecke ab. Ich kann's jetzt nicht direkt gegen den seine machen. Du brauchst ja dann auch ne Burg. Ja, ich brauch's. Genau, genau. Also von daher passt's schon. Müsst's passen, ja. Müsst's passen, ja. Kann ich auch so sehen. Servidora? Construir. Ist ja ein bisschen kacke, weil das eigentlich mein Plan war. Aber gut. Dann bin ich jetzt defensiv am Start. Wenn du nicht so schnell bist. Ja, genau. Das ist dann halt mein Problem, sag ich mal, ne? Ja. Und dann hat mein Mönch gekillt. Ich glaub, er sieht mich. Ist natürlich nicht so nice. Wird kein Stein weiter. Ist ein bisschen doof. Kann man da ne Campus finden und mit ihm wiederven, in der Kräder des Tryndps live. Ist doch clean? 終ers Though wir komm. Ein Roadmap? Ich glaube die Burg ist nicht hoch. Was? Ja, er verändert's gerade. Wo baust du... Ach, da baust du eine Burg. Warte. Mit wie viel Dorfwohnen hast du dann die Burg gebaut? Mit vier. Ein bisschen wenig. Kannst wieder hingehen mit deinem Dorfwohnen. Hier mit dem. Ja, mach ich. Schick ein paar nach. Ah, meinst du echt? Nee, geh weg. Geh weg. Wichtig ist, nicht die reinlassen. Sammle ich erstmal Armee. Okay, ich versuche jetzt nichts zu machen. Das ist natürlich schlau. Ich brauche einfach Kongs nach und dann geht das schon. Amcab, wie sieht es aus? Machst du... Oh, jetzt kommen auch Eagles bei mir rein. Von grün. Ja, okay. Ich baue jetzt auch. Ja, ist ärgerlich um die Burg, muss ich sagen. Ich baue jetzt militär lang. Bei den Eagles kriege ich easy verteidigt. Mit den Kongs. Also, ich habe jetzt gerade gebogen. Jetzt kann ich gleich eine Burg bauen. Ja, okay. Ich baue jetzt noch Archer aus. Hat irgendeiner von uns Reliquien bekommen? Ich habe zwei schon mal. Okay, so war ich es. Ich bin nicht drauf gegangen, wie gesagt. Naja, alles cool. Jetzt stehen zwei Bogen stehen jetzt hier, ne? Ich meine, du kriegst die Dings Archer weg, dass ich da meine Burg auf die Ecke hochziehen könnte. Ja, ich guck mal. Das sind ja nur drei, so wie es gerade ausschaut. Drei sind es, ja? Ja. Wenn du dir sicher bist, dann gehe ich mal hin und gucke. Ja, ich sehe halt nur drei. Das sind nur drei, ja, ja. Oh shit, ja, weil die bei mir in der Base sind. Ich kümmere dich da selber drum, sorry. Ja, ich gehe mal, ich kümmere dich. Ich mache schon. Muss ich ja wohl vielleicht Druck machen. Du musst auf jeden Fall Druck machen. Ich weiß jetzt nicht, ob bei den Mongolen oder bei dem anderen. Musst du entscheiden. Ich hätte dir jetzt gesagt, bei den Kötzern weg. Ja, ja, oder so. Ich muss aus meinem Holz mehr Nahrung rausholen. Ja, ich musste die Burg da abbrechen. Das bringt jetzt erstmal nichts. Ja, ist ja scheißegal. Dann mach irgendwie. Ich baue erstmal bei mir eine Burg hin auf der Ecke und dann komme ich halt mit meinen schönen gotischen Jungs. Ja, alles gut. Hauptsache es kommt was dann. Ey, Turnbro. Ja. Knall sie weg, ja. Mal gucken, wie ich bin jetzt halt stark verunsichert, wie ich am besten. Ich muss ja vor ihm Imp sein, sonst ist das schlecht. Na ja, noch viel zu viel. Also, brauchst du mir nix schicken. Ich bin jetzt gerade am Felder pumpen. Einen Markt baue ich mal. Dann muss ich aufs Gold kommen. Ich baue halt noch ein bisschen. Spanier ist nicht meine neue Love-Sith, ist meine alte Love-Sith. Ähm, brauchst du schon immer am meisten. Ich glaube, meine neue Love-Sith wäre Chimea. Also, weiß ich nicht, wenn du jetzt richtig Hard Food über hast, dann kannst du mir 500 schicken. Okay. Thanks. So. Und dann kann ich jetzt Imp klicken. So, ich baue jetzt auch. Dick Militär. Sehr gut, vielen Dank. Oh, nee, da habe ich auch. Oh, shit. Ich habe gerade alle meine Kongs in den Rot geschickt. Ähm, da habe ich auch noch nicht gestreamt. Das war ganz früh, also, keine Ahnung, 2001 oder so, wo ich gegen Computer gespielt habe, gegen CPU gespielt habe. Ähm. Shit, shit, shit. Oh, blau ist schon hin. Jo. Okay, das ist krass. Also, Nico, ich brauche dich dann auf meiner Seite, ne? Du musst dann... Ja, ja, das ist schon bewusst. Ich brauche jetzt schon gerade Militär. Okay. Glaub mir, ich habe dich nicht vergessen. Na gut, erst... Ich glaube ich auch nicht, aber, äh... Also, du musst aktuell nicht bei NEMCAP aushelfen, das wollte ich dann sagen. Aber ich bin jetzt noch ein bisschen weit weg von Imp, muss ich gerade sagen. Ich habe jetzt gerade abgeklickt. Okay. Ich bin... Zwei Drittel da. Ähm... Ich habe erst 300 Nahrung. Hat einer noch ein bisschen Stein, was er mir geben kann? Äh, ich bräuchte 300 für noch eine Burg. Äh, ich habe 230. Ähm, 100 können Sie verschicken. Na dann. Ja, gut, dann mache ich das, dann schicke ich 200. Ja, sehr gut, vielen Dank. Schick rüber. Ach, kacke. Reicht nicht ganz. Ach, ist ja sogar mit Steuern. Ja, ist egal. Passt. Ich habe jetzt genug für eine zweite Burg. Ähm, mache ich mal hier einfach. So, was brauchtest du? Nahrung? Nico? Ja, ich brauche nur Nahrung. Okay, ich klicke hoch. Jetzt kommt er mit. Ah, der hat zu viele Mangodelle, glaube ich. Wie viele Dorfbewohner habt ihr? Ich habe 100. Ich habe... 200 schon. Ich habe 50. Ich brauche nur... Ich brauche nur... Ich brauche nur 70. Ich habe 70. Oh shit. Ich glaube, ich bin gleich RIP. Ich komme mit... Paar RAM und... Oh lol, er hat ja mega viel. Ja, wie gesagt, ich brauche dich halt. Habe ich ja gesagt. Ja, ich dachte... Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er mit... War jetzt nicht nur da hergerede. Ich komme mal. Ich habe zwar jetzt Audits. Ich dachte halt... Traps sind down. Ja, doch. Sonst hätte ich ja nicht... Das hätte ich ja nicht gesagt. Du musst drauf gehen. Ja, das ist ja Quatsch mit meinen Fünfmann. Du hast halt auch zu wenig. Das ist Quatsch. Ja, das ist... Ja, ich produziere ja gerade. Ich bin down. Also, ich gucke mal, dass ich ein paar Dorfwohner zu dir rüber rette oder so. Ja, versuche am besten vielleicht sogar alle. Das ist bad. Ja, schick alle rüber. Ist ja Quatsch. Du verlierst ja die anderen. Ja, auf jeden Fall. Macht ja gar keinen Sinn da jetzt noch. Da ist verloren. Krass. Das ist schlecht. Ich glaube, das sieht schlecht aus, ne? Ähm... Ja, aber es ist ja auch nicht WLAN. Warum das nicht passiert. Wie viel Hohskala hast du denn? Niko? Hm? Wie viel Hohskala hast du denn? Ich habe gerade neun. Okay. Was brauchst du denn für mehr? Nahrung? Äh, ja. Ich bin aber schon gerade auf Nahrung am Gehen. Ja, aber dann... Ich baue ja... Ich date auch gerade ab, dass ich die Dinger halt in der Kaserne mache, ne? Das ist halt das Ding. Das Ding kann ich gerade nicht produzieren. Ja, ja, klar, klar, klar. Das produziere ich halt Kaserne. Ich schicke mal deine Dorfwohner hier ein bisschen weg. Äh, äh... Ja. Also er nimmt jetzt halt komplett meine Base. Ähm... Die holen wir uns wieder. Ne, die holen wir uns... Also, weiß ich nicht wann, aber kannst du... Also du musst halt mehr Bracken, genau. Sehr gut. Und der Army. Ja, ja, ich weiß. Ich will jetzt... Ich will jetzt richtig durchspwamen. Mach mal die Häuser hier... Da kann ich doch nicht farmen. Mach mal die Häuser nicht ans TC so. Ja, danke. So, mal gucken, wie war das hinkriegen. Ob war das hinkriegen. Ich glaube nicht. Äh... Lampcap, wie sieht es auf deiner Seite aus? Kannst du das Haus hier noch löschen? Äh, wo, 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 wo? Mittelbäse. Mittelbäse, okay. Mein Vorgersburg ist jetzt abgelassen worden. Ja. Bitte. Ne, das hier. Was in den Farmen steht. Ach so. Sorry. Ja, ich sehe das von hier leider nicht so genau. Ne, passt schon, passt schon. Mein Blau hat ich ganz gut. Ich wills gefällt. Alles klar. Nico, das Haus. Was fehlt denn jetzt noch, hä? Das Haus muss weg. Ach so, das, ach so. Das fertige. Ja, das fertige. Und mach das Lampacamp mal weg und baust näher ans Holz dann wieder rein. Ja, ja. Ähm, super. Danke. Oh, ne, gar. Okay, er kommt. Ist ja aber nicht so schlimm. Ich hab ja schon vorgesorgt. Er muss halt drauf gehen, ne? Ähm. Baust du irgendwel... Ach so, ich hab keinen Markt mehr, glaub ich, ne? Ne, ich baue mal einen neuen Markt. Braust du irgendwelche Ressourcen? Äh, Gold maximal, ja. Äh, gut, Gold hab ich nicht. Hahaha. Äh, Nahrung? Brauchst du nicht, ne? Nein, Nahrung hab ich jetzt gut. Ich geh jetzt auch ein bisschen mehr auf Gold. Äh, er kommt zu dir hoch. Ich schick mal meine Jungs auch hoch. Ich will dir da eben helfen. Ich renne jetzt auf den Typen. Vorsicht. Quartier am besten um dein Dorfbewohner Einbahn. Gold. Keine Ahnung, was er jetzt will. Ich komm bei dir vorne an die Front. Ah. Jawohl. Oh, jetzt kommt auch noch Herr Blau. Ja, ich komm auch. Ich komm hinterher. Ich bin nur ein bisschen langsamer. Ich bin Goethe. Hast du das? Ich mach kurz da seine... Ich mach kurz vom Blau da seine... Schön, äh, Tribocke kaputt. Das Upgrade für Infanterie schneller laufen hast du aber, ja? Habe ich schon, ja, ja. Bau am besten dann hier noch ein paar Kasernen, dass du hiermit aushelfen kannst. Ja, mach ich. Okay. Chef. Eieieieie. Ja, mach einfach mal. Schön voll. Ey, ich bin immer host. Das gibt's ja gar nicht so. Warte mal. Ich auch, weil der alle meine Häuser kaputt macht. Schwein. Ähm. Mehr TC's? Ja, mach ich mach doch schon WLAN. Ich hab doch nix. Ich hab doch nix. Keiner von meinen Teammitgliedern schickt mir was. So, let's go. Ich hab auch nicht gefragt. Die heilige Infanterie, sie kommt. Jetzt haut er ab. Ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht Blau killt, dann ist er wieder ausgeglichen, sag ich mal. Ja, sieht ganz gut aus bis jetzt. Na ja, der hat immer noch dreifache an Punkten von mir. Ist ja auch grad nicht schwer. Ja. Ja, aber dauert halt noch ein bisschen, bis man sagen kann, dass er es tut. Sicher? Ja, weiß ja nicht. Würde ich jetzt, also macht, 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 macht den Tod. Gerne, gerne. Hast du vielleicht ein paar Tribocke, dass wir die Burg da oben platt kriegen? Guck mal da unten, die parken beide unten rum und du hast unten noch ein paar Ambroschützen in Rot. Lass mal Dings überrennen. Oh, das ist ja Gold. Na, dann nehmt ihr das mal. Nimm das da draußen. Nee, das ist doch Quatsch. Ich brauch ja gar kein Gold. Und hier, mach mal hier ein Camp hin, dass deine Boys und Girls nicht so weit laufen müssen. Auf jeden Fall. Ich pumpe Dorfwohner, ne? Ich mach nix anderes grad. Dann Spanishville Rush. Ah, ich seh jetzt, er kommt da mit Adlankriegern natürlich angerannt. Ne, die müsstest du aber auch wegmachen können. Ja, er kommt von da unten aber auch. Hier sind relativ viele. Ja, ja. Boah. Vielleicht kannst du noch auf Champs zusätzlich gehen. Handel starten, ja, ist ne gute Idee. Oh, jetzt läuft Rot auch. Kannst du bald Armee bauen? Witzig. Ne, natürlich nicht. Ich hab da ja nicht mal Armee. Ich muss erstmal wieder Dorfwohner bauen. Und Häuser, sehe ich grad. Ja, ich geb mein bestes Kader. Das dauert auf jeden Fall noch. Ne, der knappe Tal an meiner Burg. Das find ich aber gar nicht nett. Ich bin erst mal haust jetzt. Ne, Armee ist wirklich noch eine Weile hin. Ich guck grad mal, dass ich... Rot, ne, du musst dich langsam mal blau fertig haben. Ich kämpfe hier allein gegen zwei. Das verliere ich auf kurz oder lang. Boah, haben die viele Adlerkrieger. Du hast hier noch ganz viele Skale, die stehen, oder? Ja. 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 Ja, ich bin auch grad gegen Grünes halt bei mir. Guck mal, dass du vielleicht auf Champs wechselst. Die sind besser gegen Adlerkrieger. Nico. Oh, abschneiden. Ja, äh, na, Elitekämpfer. Ach so. Also die Standardmilizen halt. Ja, ja. Die muss ich halt noch aus... Die hab ich halt noch nicht verbessert. Ja. Oh, ich hab... Weil ich halt mehr dachte, dass ich jetzt gegen den Mongolen kämpfe. Ja, klar. Ist richtig. Aber das hat sich ja dummerweise geändert. Oh, Herr Lau kommt so fleißig zu mir. Wär ich nur nicht so später angewiesen mit der Burg, ey. Boah, er hat so viele Adlerkrieger. Das ist so nervig. Der macht mich grad... Die Adlerkrieger sind ja... Oh, da ist gleich dran. Wie, was? Echt? Ne, ich lüg dich an. Wer kann ja sein, ne? Wer weiß, wie du drauf bist, so. Brauch jemand Holz? Ah, baut, baut! Brauch jemand Holz? Ah, helf mir mal mit ihm mit Wolz. Was? Wo? Ja, dass er hier nicht in unsere Wirtschaft einträgt oben. Wo denn, wo denn? Wo soll ich wollen? Ja, guck doch mal an der Ecke. Achso, da hab ich nicht geguckt. Ja, warte. Sorry. Äh, ach hier. Okay, alles klar. Ja, ich hab gewinnt, weil wenn er in der Wirtschaft mit drin ist, ist es vorbei. Ja. Konstruiert. Konstruiert. Oh, jetzt krieg ich hier aber eine Packung nach dem Essen. Wie gesagt, Champs. Ist die beste. Ja, die müssen halt erstmal alles hochgeforscht werden. Ja, du kannst ja trotzdem schon die Einheiten bauen. Mach ich doch schon. Na, bis jetzt nicht. Ah, ja, ja. Okay, alles klar. Alles klar. Bin doch schon dabei. Ja, super. Alles in Arbeit. Ich guck mal, dass ich dann, ähm... Achso, braucht jemand Holz oder nicht? Nee, Holz hab ich 7000. Brauchst du Holz? Nee, nee. Soll ich nicht. Dann verkauf ich das. Das braucht ihr Nahrung. Habe ich leider nicht. Ähm. Ich hab gefragt, du braucht ihr Nahrung. Oh, jetzt kommt natürlich noch Dings dabei. Ich glaub, das war es erst um durch. Wie erst durch? Wirklich? Oh, ja. Nein, ich lüge dich an. Ja, kann das sein. Wie gesagt, die Huskaler müssen auf die... Ähm... Ja, dafür fügt mir die Nahrung. Älter. Jetzt bin ich grad gezwitscht. Jetzt kommt natürlich eher an, ne? Um mein Tier zu mucken. Da ist nochmal Nahrung. Ja, sorry, WLAN. WLAN, das Einzige... Wo soll ich auf... Hier hast du übrigens noch Huskaler rumstehen. Okay, ist wahrscheinlich eh over. Weil die Eagles... Es ist vorbei, also ich bin raus, ja, ja. Die machen, ja. Ah, bad game. Das vor der Base. Die haben dich halt an Anfang. Geht doch nicht wegnehmen. Geht doch nicht. Ja. Doch. Ja, okay. Gut, ich komme mal kuscheln. So, ist gar nicht mein TC. Ich wollte grad hier bei deinem TC Dorfwohner produzieren. Geht ja gar nicht. Ja, aber die Base ist jetzt hier down. Jetzt kommt er auch noch mit Plumes. Eigentlich können ja Mongolen gar nicht gegen... Äh... Du hast ja auch noch eine Burg, irgendwie. Eine Burgfundament. Wo? Wird das noch gebaut? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Du bist ja lustig. Naja, ich frage ja bloß. Dann kannst du ja den Stein... Kannst du ja den Stein sparen und lieber... Ähm... Ähm... Na, weiß schon. Können wir aufgeben. Also... Weiß ich nicht. Ja, jetzt ist er auch noch bei Rot drin. Das ist GG. Ah, ich wurde angegriffen. Ach, ich bin jetzt zur Klockensick mitten im Tor. Jegenseit. Ja. Deswegen ist er drin. Ja, ich hatte das Problem, du warst zu früh raus. Ja. Dann war ich kurzzeitig gegen zwei und dann bin ich halt eingeknickt. Also war ein Geiz... Die Adlerkrieger und dann konnte ich nicht schnell genug switchen. Dann bin ich geswitcht und dann kam der andere wieder. Geht auf jeden Fall auf meine Kappe. So kann ich nichts sagen. War nicht so... Gibt ja gar nicht. War nicht so gut. Dass du einen brichst, hätte ich als letztes erwartet. Ähm... Ne, ich hätte... Aber es macht ja... Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass NamCap als letztes was versaut. Aber, ähm... Von mir hätte ich da schon eher mitgerechnet. Oder bei mir hätte ich da schon eher mitgerechnet. Boah, ich habe schon viele Einheiten gespürtet. Ja, du hast auch, glaube ich, Scoreleads. Obwohl unser Team so weit unten war. Ähm... Ja, du hast dein Ding gut gemacht. Kann man nichts sagen. Ja.